Hallo, hier ist Günther von Scootertouren und wir sind im Böhmerwald unterwegs. Wir sind übrigens nicht die einzigen, die die herrlichen kleinen alten Dörfer so toll finden. Nein, sogar die UNESCO hat sich dem Ganzen angeschlossen und sie zum UNESCO-Weltkultur erklärt. Wer mal dort gewesen ist, der weiß warum. Und wer noch nicht dort war, der sieht es jetzt auf den Schauen. Viel Spaß beim Schauen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020